Mahlzeit liebe Freunde, heute ist der 20.09.2017 und ein wichtiges Thema, zu dem ich heute noch mal etwas sagen wollte, ist die Frage des Nichtwählertums. Also die Wissensmanufaktur macht sich seit Jahren und jetzt bei dieser Wahl wieder verstärkt für die Theorie bereit, dass Nichtwählen am besten sei. Okay, das ist bei manchen links wie rechts manchmal auch eine Resignationsfrage, dass sie sagen, ja, die bieten mir ja alle nichts an, da kann ich niemanden unterstützen. Nun kann man aus persönlichen Gründen immer sagen, naja, ich bin mit keinem zufrieden, ich wähle da keinen. Dann muss man aber sich darüber klar machen, Plato hat das schon so schön gesagt, der Preis sich nicht in Politik einzumischen ist, von Idioten regiert zu werden. So, ich will mich nun mit dem phlegmatischen Argument von Leuten, die sagen, nee, mir passt nichts, nicht weiter auseinandersetzen. Das ist eine persönliche Entscheidung, die man so ohne weiteres den Leuten lassen muss. Was ich aber wirklich scharf kritisiere, ist die Vorstellung, die die Wissensmanufaktur schon seit Jahren verbreitet und jetzt gerade erst wieder. Es sind Videos gekommen, es sind Facebook-Posts gekommen von Rico Albrecht und wie heißt der andere Typ, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Die sagen, ihre Argumentation ist, man würde durch Nicht-Wählen dem System Energie entziehen und umgekehrt, man legitimiert das System, indem man wählt. Ja, das mit dem Energie entziehen ist mir ein bisschen zu esoterisch und natürlich stimmt es, wenn ich wählen gehe, legitimisiere ich per se das System. Die Kehrseite ist aber die, dass die Vorstellung, dass wir durch Nicht-Wählen etwas verändern, ist einfach, ich muss es mal so blöd sagen, Kinderkacke. Also das ist so, wie sich fünfjährige Revolutionen vorstellen. Oder das ist wie dieser Sponti-Spruch, wo man früher gesagt hat, wie war der? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oder wir schaffen Frieden, indem wir Armeen abschaffen. Das sind so die Kindervorstellungen von Naivlingen, wo man sagt, ja, schön wäre es, wenn das alle so machen würden. Also ich meine, klar, wenn morgen wirklich von dem, ich weiß nicht, wir haben ein Volk von 82 Millionen, ich weiß nicht, ich sage mal 60 Millionen Wahlberechtigt, ich weiß es nicht genau, ich sage jetzt mal einfach so. Und die gehen alle morgen nicht zur Wahl mehr. Also morgen ist nicht Wahl, also am Sonntag nicht zur Wahl. Wie realistisch ist das? Das ist genauso wie, ja, wir schaffen Frieden, indem wir alle einfach unsere Armee abschaffen. Schlimmer noch, schlimmer noch, als dass es nutzlos ist, es ist gefährlich. Es ist gerade dem Wandel gefährlich und gerade dem Wandel schädlich. Denn die, die am ehesten solch einem Aufruf folgen, sind ja die Unzufriedenen. Also die, die potenziell AfD oder andere alternative Parteien wählen würden. Ich lasse jetzt mal das Links-Rechts ganz außen vor. Die, die am Unzufriedensten sind, die, die sagen, so kann die Politik nicht weitergehen, sind, wenn man den Aufruf macht, geht nicht wählen, die Ersten, die nicht wählen gehen. Die, die bis zum Schluss weiterwählen werden, wählen die, die mit dem System und mit der aktuellen Politik zufrieden sind. Warum soll ein Anhänger von SPD und CDU aufhören zu wählen? Klar, der sagt, er ist vielleicht mit Details, was die CDU macht, unzufrieden, mit Details, was die SPD macht oder anstrebt, unzufrieden. Aber im Ganzen ist er ja damit zufrieden. Ein Aufruf geht nicht wählen, stärkt also die Parteien, die regieren. Sie stärkt CDU und SPD in unserem Fall. Selbst wenn nur noch 20 Prozent wählen würden, die würden ja nicht aufhören, den Bundestag aufzustellen. Die würden ja nicht sagen, oh Gott, jetzt haben wir so eine geringe Wahlbeteiligung, jetzt lösen wir die Bundesrepublik auf. Wie naiv muss man denn sein? Es gibt ja Fälle in Ländern, also in Ländern, in denen vor allem ein gewissermaßen ein Staatsverfall schon fortgeschritten ist, in dem tatsächlich Wahlbeteiligungen extrem gering sind. Seht euch diese Länder mal an. Hören diese Regierungen aufzuarbeiten? Also wenn da jemand gewählt ist und die Wahlbeteiligung ist nur noch 10 Prozent, treten die dann zurück und sagen, ja jetzt regieren wir nicht mehr? Das wird doch die Merkel nicht machen oder wer immer in, weiß ich nicht, absehbarer Zeit, wenn die diesen Irrsinnsplan umsetzen würden und tatsächlich immer mehr Leute nicht zur Wahl gehen, dann würden die doch nicht aufhören zu regieren und sagen, wir geben jetzt unser Mandat ab. Das empfinden wir nicht mehr als legitim genug. Die würden auch mit einem Prozent noch regieren. Irgendwann gäbe es dann vielleicht einen Zusammenbruch. Aber was käme dann? Käme dann die libertarische Selbstverwaltung der Individuen? Seht euch jeden einzelnen Staat an, in dem die Wahl immer weiter boykottiert wird, in dem die Wahlbeteiligung immer weiter zurückgeht. Da gibt es nicht die hehre, edle Freiheit. Da gibt es nicht die klugen Leute, die sich zusammensetzen und auf libertarische Basis, demokratische Weise die Gesellschaft neu erfinden. Sorry, ich muss mal gerade das Telefon abschalten. Das klingelt mir ja auch noch ins Gespräch. Also das ist doch nicht, dass dann der Libertarismus und die Freiheit ausbrechen, wo die Wahlen nicht mehr stattfinden oder wo die Wahlen nicht mehr Beteiligung finden. Sondern was dann passiert ist, dass die, die die Macht haben, sie sich endlos lange einfach behalten. Oder schlimmer noch, es gibt dann revolutionäre Umstürze, in denen in der Regel oft genug dann Diktatoren und Gewaltherrscher an die Macht kommen. Denn es ist ja so, wenn die Wahlbeteiligung immer weiter abnehme, die kleineren Parteien wären die ersten, die nicht mehr in den Bundestag kämen. AfD, Linkspartei, Grüne Partei, FDP. So, bei manchen wartet ihr sagen Gott sei Dank, aber alle Parteien würden sukzessive aus dem Bundestag herausfallen und am Schluss hätten wir ein Zwei-Parteien-System. CDU, SPD, die eine würde regieren, die andere würde die Opposition. Auch das lässt sich, das erscheint uns jetzt als eine sehr krasse Situation, aber das ist es ja gar nicht mal gezwungenermaßen. In den Ländern, wo es Mehrheitswahlrecht gibt, wie Großbritannien oder den USA, da gibt es auch nur zwei Parteien von vornherein, weil das Mehrheitswahlrecht das so vorsieht und dazu führt. Da gibt es immer nur eine Partei, die regiert und eine, die in der Opposition sitzt. Das würde dann so weitergehen. Es würde zwar erstmal den Leuten etwas unheimlich erscheinen, aber es würde sich dann auch so einpendeln. Und da wir wissen, dass sehr viele Menschen phlegmatisch sind, würden sich auch daran viele einrichten und sagen, ja, ist halt jetzt so. Wenn dann möglicherweise, wenn die Wahlbeteiligung weiter zurückgeht, tatsächlich ein Destabilisierungseffekt eintreten würde, was dann passieren würde, wäre nicht, dass die Leute libertarisch-individualistisch sagen würden, jetzt fordern wir unsere Rechte ein, also wie, weiß ich nicht, bei der Gründung der Schweiz oder so, ein einig Volk, das von unten herauf, so wie das die Wissensmanufaktur in ihren Utopien in der Vorstellung hat. Nein, was passieren würde, ist, eine oder zwei neue Parteien würden entstehen, die superradikal sind. Also entweder eine stalinistisch-kommunistische auf der linken Extremen oder eine tatsächlich nationalsozialistisch-faschistische auf der rechten Extremen oder ein anderes Extrem, das wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Es käme also eine Partei, die sagt, es ist alles so in der Scheiße, jetzt helfen uns nur noch die Vorstellungen, die radikale Partei und der starke Mann. Ein Typ wie Hitler oder Stalin oder Lenin. Und dieser Art von Extremismus würde dann, wenn sich die Leute tatsächlich schlussendlich auch den großen Parteien abwenden, diesen extremistischen Verbrechertypen würden sich die Menschen zuwenden. Sie würden sich nicht einer basisdemokratischen Philosophengesellschaft zuwenden. Das ist doch eine Märchenidee. Das Problem ist einfach, dass wenn man sich dem real Möglichen an Reformen verweigert, dass man sich dann der Veränderung grundsätzlich verweigert. Man muss doch das machen, was möglich ist. Und das ist in einer Demokratie nun mal die Wahl. Also vielleicht gibt es eines Tages revolutionäre Umstürze, aber kein revolutionärer Umsturz. Der Welt ist durch Wahlverweigerung zustande gekommen. Im Gegenteil, wie gesagt, seht euch an, was passiert, wenn die Wahlbeteiligungen immer geringer werden. Dann werden die Parteien immer korrupter. Dann wird es immer, dann gibt es erst oligarchische Zustände, in dem also eine Art Aristokratie das an sich reißt. Bei uns wäre es wahrscheinlich eine Finanzaristokratie und eine Wirtschafts-Oligarchie. So ähnliche Richtungen wie Russland ja eingeschlagen hat. Und am Schluss würden die eine Art Demokratie inszenieren. Also machen sie zum Teil ja jetzt schon, aber noch sehr viel mehr, wie das wie gesagt in so einem Land wie Russland der Fall ist oder wie es in der Türkei sich entwickelt. So, das wäre für uns das Ende vom Lied. Diese Vorstellung, die die Leute von der Wissensmanufaktur haben, dass sich aus dieser Sache heraus basisdemokratische Selbstverwaltung der Individuen entwickelt, ist so eine abstruse kindische Vorstellung. Dass nun ein paar Intellektuelle für sich Spinnerz diese Idee entwickeln, da mag man sagen, das kann einem egal sein. Wenn die aber jetzt vor der Wahl Menschen entmutigen, wählen zu gehen, mit diesen falschen und katastrophal schlechten Vorstellungen, die nur den Veränderungsparteien schaden, vor allem natürlich der AfD oder egal, selbst wenn jemand jetzt Anhänger der Linkspartei ist und sagt, ich bin Sozialist, alle Veränderungen weg von dem, was jetzt ist, würden verbaut. Und die Systemparteien, die nur dafür sind, dass alles so bleibt, wie es jetzt, die würden endlos gestärkt. Und wie gesagt, schlimmstenfalls, wenn es tatsächlich dadurch eine Staatskrise eines Tages davon erzeugt werden würde, die würde jetzt noch mal 20 Jahre brauchen, das erlebe ich gar nicht mehr. Dann kämen nicht die hehren Libertarier an die Macht der Selbstbestimmung, sondern wir wissen alle aus der Geschichtserfahrung, wie aus der Beobachtung von Staatszerfall in der Gegenwart, was dann vor Leute an die Macht kommen. Das ist eine ganz schädliche und schlimme Sache, die nur den Parteien schadet, die tatsächlich realistische Veränderungen herbeiführen können. Man muss sich von solchen Kinderträumen wirklich verabschieden, weil sie realer Veränderungen mehr im Weg steht, als dass sie nützt. Und ich argere mich wirklich in extremem Maße darüber, dass Leute wie die Wissensmanufaktur, dass sie das im normalen Alltag sagen, bitte geschenkt. Aber dass sie jetzt vor der Wahl mit so einer verdorblichen Vorstellung hausieren gehen, finde ich in höchstem Maße verwarflich und für die realen Veränderungschancen unserer Gesellschaft schlecht. Gerade jetzt, wo es auf diese Wahl auch ankommt, im Zuzuge der Islamisierung, im Zuge der Massenzuwanderung. Da wird nun mal im Parlament entschieden, da wird nun mal in der politischen Bühne entschieden und gut auch in Hinterzimmern. Aber auch da hat Einfluss, wer sich über die parlamentarischen Zugriffsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit äußern kann. Das hat nun mal einen Einfluss. Wenn ich nicht im Parlament sitze als Partei, dann hat, was ich sage, viel weniger Gewicht im medialen Diskurs. Und auf den kommt es zu einem ganz erheblichen Maße an. So hinter den Kulissen die Strippen gezogen, wird es nicht, wie man sich das so laienhaft vorstellt. Sondern es gibt einen öffentlichen Diskurs und der hat einen Einfluss. Und dazu gehört, dass man Parlamentssitze und Prozente hat, weil das ein Prestige erzeugt. Man bleibt im Gespräch mit seinen Vorstellungen. Das hat man an der FDP gesehen. Kaum war die aus dem Parlament draußen, und hat sich auch kein Mensch mehr für die interessiert. Das ist mit Prestige verbunden. Man hat einfach einen Einfluss. Auch die grüne Partei hat die Politik der Bundesrepublik maßgeblich beeinflusst, auch ohne ständig an der Regierung zu sein, weil sie durch ihr Dasein im Parlament, durch die Debatte Dinge bewegt hat, Ansichten verändert hat und die anderen Parteien zur Vergrünung gebracht hat. Das ist doch die Hoffnung, die wir haben müssen. Das ist die reale Chance, die wir ergreifen müssen und uns nicht durch Utopia und Kinderträume von der perfekten libertarischen Utopie, die durch Wahlboykotts zustande kommt oder was weiß ich, was die Utopien sein mögen. Das ist Utopismus. Das ist wie, wir warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder die Aliens, die uns erretten oder irgendwas. Das ist einfach Kinderkacke, die uns ranzen Interessen schadet und den Mächtigen, die jetzt an der Macht sind, nur dient. Denen ist es auch gerade recht. Es ist auch kein Zufall, dass ein Herr Altmaier erst vor einigen Tagen gesagt hat, besser wäre es, wenn Anhänger der AfD, und ich glaube, er hat auch gesagt, der Linkspartei, gar nicht wählen würden. Ja, der CDU und der SPD wäre es gerade recht, wenn die Leute sagen, geht nicht wählen, weil dann bleiben die ewig an der Macht. Ich weiß nicht, ob die mit Absicht die Interessen der Mächtigen verfolgen. Weiß ich nicht, ob die Wissensmanufaktur da gekauft ist oder vielleicht ein Ei ist oder so etwas, wo so eine Zecke, weiß nicht, also sowas bewusst uns untergeschoben ist oder ob die einfach zu doof sind. Das vermag ich nicht letztlich zu beurteilen, aber ich halte das für eine ganz gefährliche und ganz dumme Rederei, den Leuten immer zu sagen, geht nicht wählen. Geht wählen. Sagt den Leuten, es kommt darauf an. Es kommt immer darauf an. So, das war es zu diesem Thema. So, ich weiß nicht, es kommt darauf an. Vielen Dank.